Okay. Ja. Schon farblich, ja? Möchtest du auch, dass der Controller auf beiden Seiten verschiedenfarbig ist? Das heißt hier weiß schattiert und hier dunkel. Okay, was ist mit den Linien? Sollen die so dick bleiben oder soll ich die etwas feiner machen? Was ist mit dem Abschnitt der Hand damit? Soll ich das gerade machen oder bleibt es gezackt? Gerade, ja? Okay. Die dicken Linien bleiben, ja? Ja, das ist kein Problem. Das können wir genauso umsetzen. Okay. Ich brauche ungefähr 15 Minuten. Du kannst gerne zuschauen oder du gehst nochmal da runter spazieren. Ich skizziere das nochmal nach, um es nachher auf deiner Haut abbilden zu können, okay? Okay. Ja. Bleib so hier, ja? Okay. 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 put he Bird lecker! So. Right. ост Picasso wie Duras. Die d בliunché. Das war's. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Okay, dann fangen wir an hier. Gut. Okay. Okay, dann fangen wir an hier. Okay. 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 Okay.